ja würde mir jetzt sagen dass ich die Erde weggepackt hab die Erde weggepackt wie du musst man eigentlich sein da ist das Sand so lol der kommt schon leck mir doch die Ere oh du kannst doch eh nix hier guck so das kann ich nicht mehr aufnehmen ähm Fackeln ein Redstone pfff das war mal einfach ganz easy peasy und dann bauen wir uns da mal hoch das war nicht gewollt das war ne das war das war dumm das war noch mehr dumm so ich glaube ich nehme nächstes mal ne ne Axt mit lol hier ist gar nix doch hier naja kann man lassen die Ausbeute meine ich damit und ach du scheiße soll ich jetzt mich da von hinten anschleichen ach ich höre den als Doppelbogen ah ok ich hab mich grad schon gewundert was hat der jetzt auf mich geworfen weg so perfekt wunderbar nicht da kommt einer hoch Leute kommt jetzt rund um WTF WTF ich muss hier Erde holen Auf every Fall. Und diesmal werde ich den Kapitän so ablenken, dass der halt sozusagen auch wieder ins Untere, also nach unten geht. Und dann, ähm, werde ich den wieder da unten allein lassen, dann werden wir uns von oben, also von der Seite so wieder reinbauen. So ist einfach mal der Plan, würde ich sagen. Ob der aufgeht, ähm, oder ob der klappt, das werden wir ja dann sehen. So. Vielleicht mal abschießen. Höh, den hab ich doch erwischt. So. Du bist down. Ja. Oh, 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 oh. Ja, ja, bla, bla. Am besten sollte man sich jetzt wieder irgendwie was... Puh. Was für zaubernd oder so. Weil... Wo ist eigentlich... Ficken, Alter, so jetzt. Dich da oben mache ich jetzt auf, fertig. Und dann werden wir mal sehen. Da kommt einer. Wow, der hat mich halt komplett überrascht. So. Krasse Scheiße, was da jetzt alles... Puh, pup, 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 pup. Was da alles ankommt. Komm, weg, 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 weg. Der hat mir Schaden gemacht. Der hat mir richtig Schaden gemacht. Weg. Weg. Einfach nur weg. Da bist du noch. Aber das ist mir egal. So. Denn. Ich muss hier erstmal ausleuchten. Ich muss hier noch ausleuchten. Eins, zwei, drei. Zwei und drei. Kein Problem. Ja. Alles weg. So. Du bist auch weg. Hier rusht man eigentlich durch. Aber ich. Wie schon gesagt. Auch wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Ich denke. Dass es noch tausendmal bessere. Rüssi und alles gibt. Wie. Wie Diamant. Schätze ich mal. Oh, ich bin voll. Komm, das kann ich auch wegschmeißen hier. So. Das kommt da rein. Also wirklich. Ich habe kein Schimmer für was wir das definitiv mal brauchen. Aber ich habe ja beim letzten Schiff schon gesagt. Hauptsache. Ähm. Hauptsache haben. Wie nicht haben. Da steht einer. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rein. Da wird ja ein bisschen kacke. Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nee, hat er mich nicht. Gott. So. Jetzt hat er mich gesehen. Okay, die haben jetzt keine Waffen. Nur die. Nur die unten hatten Waffen. Oh, wie viel kommen wir da. Oh Gott. Ach Gott. So. Einer ist tot. Oh, diese Fuckwaffen, Alter. Ach, die machen richtig scheiße viel Damage. Oh, da. Was war das für ein Angler? Bin ich vergiftet. Ha. Das wäre mega kacke. Okay. Das wäre mega kacke. Boah. Oh, 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 oh. Die verbrennen. Die verbrennen. Auf jeden Fall. What habe ich jetzt? Nachtsicht oder was? Nee, ich habe die Fackel. Ich habe die Fackel schon einmal kaputt geschlagen. Kaputt geschlagen. Was lief denn mir zu? Was war das? Übelkeit. Ist mir schlecht.